einen wunderschönen guten morgen liebe leute ich habe fabelhafte neuigkeiten und ihr seht sie direkt hier roadmap bis ende 2022 fabelhaft wirklich wollen wir darüber ein bisschen reden ein bisschen lasst uns drüber reden zwei monate roadmaps ein blick in die zukunft zwei monatlich wann immer der blick ohnehin relativ spät kommt auch hier wieder anfang oktober erster punkt in der roadmap ist natürlich oktober ist ein relativ kurzer blick in die zukunft monate mehr zeit zu haben mehr voraussicht zu haben ist denke ich ganz angenehm nicht nur für uns sondern auch durchaus für publisher und entwickler dass man weiß was kommt ja jetzt brauchen wir eigentlich dieses jahr nicht mehr spekulieren was kommt wir reden darüber natürlich sofort ja ja ich freue mich sehr ich hoffe eine kleine anmerkung ich hoffe dass wir die nächste roadmap im dezember bekommen ja nicht wenn die hier vorbei ist irgendwann mitte januar wo wir da sitzen und denken hallo und jetzt sondern mit vorlauf wäre cool wäre cool ist aber natürlich ein wunsch auf sehr sehr hohem niveau ist mir bewusst also helden von akesia mit dem update der zorn des maschinisten wurden kürzlich eine menge neuer inhalte in akesia veröffentlicht darüber haben wir schon geredet ja der scouter kam raus kakul seydon kam raus zum scouter werden wir noch eine kurze zusammenfassung machen video wie das upgrade in day one lief wie viele mats wir verbraucht haben wie weit wir gekommen sind und so weiter also seid gespannt wenn euch das interessiert die nächsten monate dienen der vorbereitung zum legion raid brel schaser das die nette dame hier einer der schwierigsten einzigartigsten und gefährlichsten raids in ganz lost ark ich habe brel schaser damals in russland geklirrt und ich stimme uneingeschränkt zu keine sorge falls ihr momentan mit clown schwierigkeiten habt gerade geld 3 bereitet ja einigen leuten durchaus kopf zerbrechen macht euch keinen stress mit brel schaser phase 1 phase 2 sind durchaus machbar phase 2 ist bisschen schwerer aber vollkommen okay phase 3 ist definitiv machbar 4 ist relativ schwer aber machbar 5 ist machbar nur die allerletzte ist wenn man studiert hat den raid studiert hat offensichtlich und nicht irgendwas anderes dann dann ist das machbar für alle anderen ist das bisschen schwerer aber diese ganzen materialien bekommen wir ja natürlich auch in allen anderen gates also stresst euch nicht freut euch drauf ist ein fabelhafter raid sehr geile musik außerdem und die veröffentlichung der fortgeschrittenen klasse der schnitterin dass das mal sacken schnitterin und ich habe mich lustig gemacht über pistolen namens ab der schnitterin und beschwörerin in den nächsten drei monaten schließt unseren plan ab die ersten 21 fortgeschrittenen klassen zu veröffentlichen bevor andere neue oder zukünftige klassen hinzugefügt werden heißt kleiner spoiler sowohl als auch kommt ich sage euch wirkt schon schnitterin 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 kommt vor der beschwörerin die hier vorgestellten inhalte sind einige der highlights von denen wir wissen dass die spieler sie söhnsichtig erwarten im oktober kommt ein neues event mystique abgrund raid es wurde immer mal wieder bei mir im stream gefragt hey wie sieht es aus werden andere abgrund raids kommen es gab mal drei mystique war der abgrund raid von t1 also werden und rohendel und dann gab es kaisur das war der abgrund raid von t2 die wurden entfernt weil die waren nicht mehr zeitgemäß merkt man denke ich auch wenn man argos zu den legion raids vergleicht so der der unterschied ist schon sehr sehr prägnant ja aber der kommt wieder als event raid und ich denke dass das eine schöne möglichkeit alten content der vielleicht nicht so geil ist wirklich wöchentlich zu spielen zu recyceln in diesem event raid werden wir ausgeglichen und wir gehen da mit t3 charakteren ein minimum rein was mittlerweile kein problem sein sollte wenn ich ein t3 ist der spielt das spiel halt nicht oder ist vollkommen neue entschuldigung das gibt es natürlich auch eine fülle von wöchentlichen belohnungen wird uns erwarten hier ganz kurze anmerkung dass eine roadmap ich brauche hier keine details ich würde mir sehr wünschen für uns alle dass wir in patch notes wenn dann in den patch notes drüber geredet wird hey mystique das event kommt dass dort eine kurze tabelle ist ihr bekommt so und so viele marken oder was auch immer aus dem raid und das 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 könnt ihr für so 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 viele marken kaufen wäre einfach cool zu haben wenn nicht auch okay wieder auf sehr hohem niveau eine anfrage wikers legion raid kommt außerdem schwierigkeitsgrad höllisch für alle die hell mode inferno wie auch immer man es nennen möchte die die das cool fanden weiter gemacht haben eine neue challenge brauchen oder super gerne wikers laufen und den wieder ein bisschen schwerer haben wollen würden gibt es das ich habe sehr sehr großen respekt davor ich muss sagen ich finde wikers generell mit ein der unangenehmeren raids gerade phase 2 ich bin mir entsprechend nicht unbedingt sicher ob wir das wirklich durchziehen wahrscheinlich schon seien wir ehrlich ist cooler content aber schwierig schwierig ich freue mich aber für jeden der natürlich in der hell community tiefer verwurzelt ist darauf bock hat es wird offensichtlich wieder einen titel mit einem symbol geben heißt das wird das ziel von vielen sein ja der deathless erfolg ansonsten normale erfolge festungsgebäude und so für hell mode braucht man 14 60 also das item level das man auch bräuchte um in hard mode reinzukommen ich denke das fair dann wir sind weiter im oktober wird es erschartes geben eine wächterprüfung es gab es schon in russland auf den russischen servern entschuldigung erschartes wächter prüfung ist sozusagen ein hell mode wächter ja der erschartes wächter raid ist eine herausforderung die dem schwierigkeitsgrad höllisch ähnelt und dort gehen wir tatsächlich einfach rein mit wieder ausgeglichenen charakteren über das buch und wenn wir das schaffen bekommen wir einen erfolg und einen coolen legendären titel das werde ich auf jeden fall machen ich denke so wie der power creep in lost ark aussieht sollten wir mit fünf gravuren in diesem hell mode auch keine allzu großen probleme haben aber erschartes ist einer der komplexeren wächter und einer der wächter die sehr sehr viel schaden also ähm ich weiß ich habe da auf den russischen servern gestruggelt beziehungsweise hätte deutlich mehr gestruggelt wenn meine guilde nicht so gut wäre äh weitere wichtige inhalte kommen auch noch im oktober und darüber sollten wir auf jeden fall reden nicht über die die twitchcon in san diego das ist ein bisschen weit weg von deutschland aber über ark pass season 2 ja ähm nächsten monat werden wir einen neuen ark pass bekommen ich denke der kam auch sehr gut an bei den spielern sowohl der kostenlose als auch diese 15 euro basic version äh hat durchaus einige goodies für spieler preis leistungs verhältnis ist mega cool ähm ich denke darauf kann man sich freuen außerdem werden wir äh halloween skins bekommen man sieht hier so ein bisschen auszug ist auch ganz nett ja äh weiterhin wird das fortschrittsevent laufen das wir mit mit dem scouter mit dem maschinisten bekommen haben und für die drei pvp enjoyer die es noch gibt in lost ark startet season 2 äh für uns pvp endis ist season 2 insbesondere interessant weil wir dann wieder anfangen pvp tokens zu generieren und darüber natürlich mehr upgrade mats kaufen können dann im november kommt lang erwartet ja heiß ersehnt von einigen weiß ich die nennen wir den weiter reaper oder machen wir uns lustig drüber die schnitterin die schnitterin kommt ähm außerdem ja weil ich denke dazu gibt es nichts zu sagen fangt an zu sparen wenn ihr nicht schon habt wenn ihr lust auf die klasse habt ähm äh es ist hypermobil und sehr sehr cool weitere wichtige inhalte kommen im november und dann endlich wir brauchen uns nicht mehr fragen wann es kommt bekommen wir die überarbeitung vom tripod system lang hat es gedauert ja ähm ich sag's euch ganz offen ich denke die überarbeitung hätte jetzt schon stattgefunden haben können ich verstehe dass äh dass der deutlich mehr zum power creep beigetragen hätte und sie vielleicht keine lust hatten den power creep schon im clown raid zu haben aber dann hätten wir hier den oktober ähm aber wir bekommen es meine güte äh über die tripod übertragung haben wir schon geredet ich habe ein separates video dazu gemacht verlinke ich hier oben glaube ich jetzt gerade äh ich probiere es zumindest und ist auf jeden fall was wo man sich informieren sollte wo man von profitieren kann sehr sehr cool außerdem steht hier schon direkt drin neuerungen bei der spielbalance darunter das heißt äh nicht nur aber auch änderungen am hallucination set und dann ein paar klassen da sind deutlich mehr klassen änderungen dabei dass der balance patch den korea schon äh seit längerem hat mit den tripod änderungen kam der glaube ich ähm äh der artillerist wird komplett überarbeitet äh die arkanistin wird ein bisschen überarbeitet der zerstörer wird ein bisschen überarbeitet und alles andere bekommt sie ein bisschen ähm äh schadenszahlen hin und her geschoben was ganz cool ist unser maschinist wird stärker was ganz traurig ist unser scrapper wird schwächer ähm äh aber äh auch das überfällig endlich wissen wir okay november also wahrscheinlich ende november äh sieht das dann so bei uns aus außerdem kommen verbesserungen bei den festungen in dekorationen trophäen systeme räume geschenke bla 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 die jukebox musik auf die wir schon vorbereitet wurden neue menü spiele für jeden der der so ein bisschen äh äh findet dass das housing in lost ark vielleicht ein bisschen mehr gebrauchen könnte das kommt dann was fabelhaft ist das mystique abgrund raid event wird fortgesetzt dann ähm und ansonsten werden wir uns auf zahlreiche bedrohungen im dezember vorbereiten müssen es wird ein spezielles fortschrittsevent geben für die schnitteren ähm was das genau heißt keine ahnung ob ein powerpass kommt oder nicht äh ich hab jetzt die schmerzliche erfahrung mit dem maschinisten machen dürfen also lasst mich euch sagen wartet ab bis und man genau das weiß aber hey im dezember dann bisschen lustig bisschen vielleicht ein weihnachtsgeschenk ein bisschen lächerlich in meinen augen nochmal ganz offen gesprochen wurde die wir bringen alle zwei monate eine klasse raus und wir können klassen nicht schneller rausbringen wurde dieses konzept einfach mal äh grandios über den haufen geworfen und ähm die die letzte lang ersehnte klasse vor den neueren wird dann endlich released äh über einen monaten äh ein jahr über ein jahr nach der beta in der viele leute die beschwörerin spielen konnten und sie zu schätzen und lieben gelernt haben kommt dann endlich die beschwörerin ähm wenn ihr mich fragt hätte das einfach die erste klasse zu release sein sollen ich verstehe dass das ding zauberin beliebter war und ich denke das war eine gute entscheidung aber das hätte die erste klasse sein sollen anstatt lanzenträgerin ähm das argument ja aber sie wird ja überarbeitet und vielleicht wollten sie sie deshalb länger nicht bringen ist absolut ausgehebelt weil jetzt haben sie auch den zerstörer überarbeiten sie gerade die arkana haben sie gebracht überarbeiten sie gerade ähm den artilleristen gab es von anfang an der wird gerade überarbeitet ich weiß nicht wieso man eine klasse anteasert und leute dann so unheimlich lange drauf warten lässt aber sie kommt sie kommt endlich im dezember dann werden wir alle älteren klassen haben ich weiß viele von euch warten auf artist äh denken das support problem löst sich damit ähm ja darauf gehen wir hier nicht ein aber die werden dann natürlich später kommen artist und aeromancer glaube ich heißen was was cool ist wir holen dann was klassen angeht zumindest auf mit korea und es wäre wünschenswert wenn wir da ein bisschen anschließen würden dass uns nicht so diese neuen spielzeuge vor die nase gehalten werden und dann gesagt wird ja viel spaß warte halt ein jahr ähm äh beschwörerin kommt und dann brel schasa brel schasa kommt ähnlich wie clown raus es wird ein deja vu modus geben und eine normale schwierigkeit ja ähm es gibt brel schasa hart im gegensatz zu clown aber der kommt äh zeitverzögert drei monate später oder sowas ungefähr sowas auf den anderen servern auch immer ähm einfach weil man das item level dafür gar nicht bekommen kann es wird auch hier wieder so sein äh wenn man äh die die normalen portale läuft dann 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 wird man direkt deja vu belohnungen bekommen denke ich äh phase 1 und 2 haben ein minimum item level von 1490 ich denke in drei monaten ist das erreichbar für jeden der bis dahin regelmäßig spielt äh 3 und 4 1500 ich denke auch das ist erreichbar noch für jeden der regelmäßig spielt äh und 5 und 6 1520 äh was äh was äh in meinen augen nicht besonders erreichbar ist und außerdem auch nicht notwendig äh darüber äh können wir können wir kurz reden es wird nämlich letztlich in brel schasa neue ausrüstung geben ja diese ausrüstung hat ein höheres basis item level wir stecken unsere alte dort wieder rein und dann wird das upgraden entsprechend deutlich leichter wieder heißt was ich jedem nur ans herz legen kann ist upgraden nicht auf 1520 oder gott bewahre noch höher sondern 15 5 15 10 wenn ihr alle sechs phasen laufen wollt erste woche ähm und übertragt dann mit den anderen phasen und den mats die ihr daraus bekommt übertragt ausrüstung und und upgradet dann die leichtere äh macht die leichteren upgrades ja ähm ähm ich denke dass das ist sehr sehr wertvoll das im kopf zu haben wie das genau läuft wie wie man das überträgt wo man landet wie wo was äh da haben wir drei monate da da zimmer ich noch ein schönes video zusammen ähm außerdem mit brel schasa mit äh 14 90 und dem dem item level reset kommt ein neuer wächter raid kalile kaliligos äh ich ich kenne ihn als kaliligos so ein drache der ist sehr schnell und tut sehr weh ähm es wird neue chaos dungeons geben es wird einen neuen würfel geben neuen bossrausch würfel bossrausch und so die bleiben alle gleich es wird halt neue materialien geben neue blaue kristalle neue rote kristalle neue große sprungsteine ihren fragmente bleiben beim alten ähm außerdem kommt mit der ganzen schose ein armreif viele haben sich gefragt hey ich habe im inventar noch einen leeren platz wofür ist das für diesen armreif der hat äh zwei charakter werte zwei stats und dann kann der glaube ich bis zu zwei verschiedene effekte noch mal rollen keine gravureffekte aber so nach einem konter macht man fünf prozent mehr schaden für zehn sekunden und so sachen ähm ist eine nette spielerei wird unsere charaktere auf jeden fall noch mal deutlich stärker machen ähm ansonsten war es das ja äh für brell schasa wie gesagt darüber reden wir noch mal genauer wie wo was was sich lohnen wird äh ansonsten können wir uns gemeinsam den ausblick angucken wir freuen uns darauf zu sehen wie die spieler in den kommenden monaten die unzähligen bedrohungen besiegen ihre fertigkeiten in herausfordernden aktivitäten verbessern ihre kader mit neuen fortgeschrittenen klassenarbeitern wertvolle belohnungen verdienen jada 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 zum abschluss zum einen vielen lieben dank an amazon und smilegate dass sie uns äh eine roadmap gegeben haben die länger ist als anderthalb monate ähm zum anderen ich verstehe dass wir mmo spieler teilweise einen ruf haben zu no lifen und in unserem leben nichts anderes zu machen als unsere mmos zu spielen jetzt stellt sich mir so ein bisschen die frage in einem land das sehr geprägt ist durch den feiertag durch die feiertage der weihnachtstage es ist wirklich eine gute idee in raid über die weihnachtstage zu bringen was meint ihr ich verstehe viele leute haben frei ich denke aber auch super viele leute sind nicht mal zu hause für empcs sondern irgendwo familie besuchen und so sachen machen ich werde zu hause sein werde probieren eine gruppe zu suchen und wir werden fabelhafte streams über über die weihnachtstage machen nicht allzu lang ich will natürlich auch zeit mit xenia und bob verbringen und muss auch meine eltern anrufen und so generell wie seht ihr das wie seht ihr das sagt mir gerne in den kommentaren ich finde es irgendwie ein bisschen schade wenn das anfang anfang januar kommen würde brell dann denke ich würden davon potenziell mehr leute profitieren maybe so aus dem gefühl raus zumindest schreibt es mir gerne in die kommentare vielen lieben dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal liebe leute habt eine schöne woche ciao ciao